Was passiert, wenn man durch den gigantischen Wasserblock in GTA 5 fährt, Leute? Der ist wirklich komplett voller Wasser, Leute. Und zwar fährt er jetzt hier mit dem Boot durch. Wir werden es ausprobieren noch mit Autos, Leute, mit Motorrädern, mit den größten Fahrzeugen in ganz GTA 5. Das Video ist auf jeden Fall von Jansu, deswegen checkt ihr ihn auf jeden Fall aus, Links in der Beschreibung. Und ich hab mich auf jeden Fall richtig gefreut, endlich mal wieder ein Video von ihm zu sehen. Denn es geht direkt los mit Trevor, der anscheinend hier ein paar Buletten grillt, Leute. Oh mein Gott, das ist so cool, ne? Hallo Professor Trevor, willkommen zurück, Leute. Lange ist es her, dass wir auf Jansu reagiert haben. Das sind aber einfach die besten Videos, ne? Deswegen, das wollt ihr nicht verpassen. Guckt deswegen auf jeden Fall bis zum Ende. Und wir haben jetzt hier anscheinend Michael und Franklin wieder am Start, ne? Ja, und guck mal, was hat jetzt Michael vor? Oh, er zeigt dir einen schlimmen Finger, Leute. So, jetzt geht hier anscheinend Michael direkt schon mal los mit dem Boot. Und das Ding ist, Leute, guck dir mal bitte schon den Blog an. Was glaubt ihr, was passieren wird, Leute? Glaubt ihr, das Boot wird sinken, geradeaus durchgehen, nach oben gehen oder zurückgehen? Pass auf, ich stoppe jetzt das Video. Schreibt es jetzt in die Kommentare, Leute. Und übrigens, schaut euch auf jeden Fall noch an die 60 Minuten Gang, Leute. Also schaut das Video auf jeden Fall immer an den ersten 60 Minuten und bis zum Ende. Und dann kommentiert und dann seid ihr vielleicht einer der Glücklichen, die hier angezeigt werden. Weiter geht es jetzt auf jeden Fall, Leute. Also, habt ihr es auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, was ihr glaubt, was passieren wird? Ich glaube, auf jeden Fall, das Boot wird nach oben gehen, Leute. Ja, und wenn ihr wollt, dass ich mal solche Experimente selber ausprobiere, Leute, vielleicht mit Kasper oder sonst welchen, Leute, dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen dicken Daumen nach oben da. Und anscheinend habe ich sogar recht gehabt, Leute, denn das Boot ist einfach oben. Also, es sinkt nicht, ne? Ein Michael, der freut sich ja übertrieben, Leute. Und, ach, Trevor, er sagt so, das macht gar keinen Sinn. Eigentlich sollte das Boot untergehen und nicht nach oben. Aber, sieht echt krass aus. Hätte ich nicht gedacht, Leute, das ist... Michael? Michael, äh, der Block hört auf. Michael! Oh mein Gott! Äh, kann er schwimmen? Er kann schwimmen. Alles gut, Leute. Ich dachte gerade schon, Michael kann nicht schwimmen, ne? Das wäre auch zu peinlich für den gewesen, ganz ehrlicherweise. Ach, der Arme. Jetzt erstmal schön nasse Füße, ne? Verdammter Axt, sagt er. Mann, oh, Meter. Okay, weiter geht es jetzt hier. Professor Phillips. Oh, Leute, der Russe ist auch wieder am Start. Vielleicht sehen wir ihn heute auch wieder. Und der Opa hat wohl keinen Bock, ne? Okay, also. Wir haben jetzt hier anscheinend ein etwas größeres Boot, Leute. Denn das kleine Boot eben war natürlich easy, ne? Aber ist das größere Boot auch... Ah! Na, geht das unter? Ey, als ob das auch einfach nach oben geht, Leute. Hä? Das ist ja zu krass. Also, auf jeden Fall krasser Stunt-Typ hier, der ihm da hilft. Er sagt so, hm, aber kann man jetzt drin schwimmen? Weil, wenn alles nach oben geht... Oh, man kann auch anscheinend mit einem richtig großen Wasserblock drin schwimmen. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Also, das ist... Ähm... Franklin! Was hast du da gerade gemacht? Aber genug jetzt, Leute. Wir wollen die richtigen Autos sehen, ne? Nämlich ein paar heftige Sachen. Da haben wir... Ich sehe gerade noch einen BMX, einen Panzer. So, let's go jetzt hier. Mit dem Auto. Und, äh... Ähm... Das Auto, kommt es durch? Kommt es durch? Es... Kommt durch? Aber es ist natürlich voller Wasser, Leute. Deswegen, jetzt kann ich mal weiterfahren. Mal gucken, wie es aussieht mit einem Fahrrad, Leute. Und das Fahrrad... BMX... Was? Hä? Als ob man gefühlt gar nicht reinkommt, ne? Ich dachte, es ist jetzt richtig groß. Aber anscheinend auch nicht, ne? Mal gucken. Wie wäre es mit einem etwas schnelleren Auto... Äh... Bike? Aber... Hä? Er kommt auch nicht heftig rein. Ich glaube... Okay, warte mal. Ich glaube, ein Panzer kann das Ganze auf jeden Fall jetzt ordentlich beschleunigen. Mal gucken. Der Panzer fährt jetzt... Er fährt einmal straight durch. Hä? Und er kann auch wieder zurückfahren. Als ob Panzer einfach unter Wasser fahren können. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, Leute. Ich glaube, das geht auch so. Weil er kann doch sogar aussteigen. Es wird ja eigentlich voll auf dem Wasser. Ja, very nice, Franklin, ne? Ja, hast du recht. So, Phantom mit einem Anhänger. Mal gucken, ob Phantom mit einem Anhänger... ...da durchfahren können. Hä? Auch easy? Leute, was ist das eigentlich für ein krasser Wasserblock, dass das funktioniert? Also, bleibt auf jeden Fall dran. Ihr wollt die verpassen, mit welchen Sachen ihr da noch durchfährt, ne? So, bye. Also, ohne Anhänger. Beziehungsweise nur der Anhänger. Der fliegt hier dann quasi oben, ne? Also, das sah auf jeden Fall anscheinend echt ein bisschen boring aus, Leute. Man, oh, mal, Meter, hier der arme Anhänger. Also, das ist anscheinend... Keiner Truck ein paar Sekunden unter Wasser leben, aber... ...dann geht auf jeden Fall der Motor aus, Leute. Also, das ist auf jeden Fall auch echt, äh, schade Schokolade. Ja. Doof gelaufen, Michael, ne? Oh, jetzt haben wir aber... Leute, das ist der richtig, richtig coole, äh, Monster-Dingens, ne? Äh, Panzer, der unter Wasser... ...ne, über Wasser fahren kann. Also, es macht Sinn, dass er jetzt gerade bis nach oben geht, ne? Ja, okay, es macht schon Sinn, Leute. Und jetzt schnell... ...fahr weiter weg! Schnell weg! Oh, oh, vorsichtig! Vorsichtig! Oh! Hä? Hä, er kann nicht runterfallen? Ist das jetzt sein Ernst? Er hängt einfach da fest? What the fuck? Ja, ich weiß auch nicht, äh, Trevor. Das sieht auf jeden Fall echt... Äh, und jetzt kann er runterfallen. Äh, und jetzt kann er wieder hochfahren, oder? Äh, also, ich muss sagen, dieser Wasserblock... ...der glitscht ja übertrieben rum, Leute. Das sieht auf jeden Fall echt richtig, richtig komisch aus. Ja, ich finde es auch komisch, Trevor. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Oh, okay. Jetzt kommt der... ...alle Favoriten des, äh, Fahrzeugs, und zwar... ...der Oppressor... ...MK... ...2! Hä? Das Job, Leute! Habt ihr gerade Job gesehen? Job ist einfach so am Schlafen. Okay, was sieht aus? Mit dem Deluxo! Komm schon! Es kann doch wahrscheinlich locker auf Wasser fahren, oder? Mh... Naaah! Nicht wirklich, aber... ...jetzt geht es auf jeden Fall ins Eingemachte, Leute. Die haben hier sehr, sehr coole, äh, Flugzeuge am Start, ne? Und ich glaube, diese Flugzeuge... ...können vielleicht durch diesen Wasser... ...hä? Ich da... ...warum lachen die? Ja, das sah echt komisch... ...das sah echt ein bisschen komisch aus, ne? Ich weiß auch nicht, was da los war. Also, jetzt mal schauen, wie es jetzt mit dem Helikopter aussieht. Der kann anscheinend... ...ne, er fliegt durch. Aber crasht dann einfach, Leute. Also, der Helikopter... Oh, stimmt. Das Ding kann doch auf Wasser landen, ne? Kann das dann quasi auch durch... ...und es fliegt auch nochmal nach oben. Und nochmal nach unten. Okay, also das ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Oh, 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 okay. Komm schon jetzt hier. Ah, ah, na... Ei, ei, ei. Okay, das sieht... Ah, nein, nein, nein. Oh, was haben wir jetzt hier, Leute? Oha, oha. Jetzt geht's aber... Ey, jetzt geht's richtig ab. Das Flugzeug jetzt hier. Komm schon, der ist... Was? Das kann einfach auf dem Wasser denn drauf fahren? Und auch wieder runterfliegen und einfach weiterfliegen. Obwohl es quasi im Wasser schon drin war, ne? Wie geht das? Ja, ich bin auch beeindruckt, muss ich auch recht sagen. Und es kann einfach nochmal landen, ne? Hä? Bestes Flugzeug der Welt? Aber wo ist... Ich warte auf den Russen, Leute. Wo bleibt der coole Russe? Oh, wie wär's mit einem... Was ist denn ein Flugzeug? Weil das, ähm... Ne, also das Flugzeug, äh... Ist auf jeden Fall... Oh, warte mal. Was passiert hier, Leute? Wir haben den richtig, richtig großen Blimp. Und der geht einfach nach oben. Hä? Es kann fliegen, aber der Motor geht aus, Leute. Und... Es ist kaputt gegangen. Also... Das, äh... Sah auf jeden Fall echt sehr komisch aus. Ich glaube, die wollen schon gar nicht mit dem X-Problem weiter machen. Also anscheinend ist das Ganze jetzt schon vorbei, Leute. Die essen jetzt erstmal schön ihre Barbecue-Sachen. Wenn ihr von euch noch mehr sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.